die kriegen davon nichts. Und das ist halt so etwas, um die Luft rauszunehmen, also so eine Taktik. Eine Verurteilung ist zwar halt nicht billig, weil du musst den anderen aufzahlen, aber langfristig bist du ja dadurch sicherer, weil es kann so schnell passieren, dass du halt wieder irgendwo mal aus Versehen, gerade im Internet mal Copy-Paste, mal was übersiehst, mal wenn du irgendwo mal einen Text ändern musst oder irgendwas, das kriegst du halt nicht mehr raus. Vor allem musst du es auch aus den Caches und so auch noch löschen. Theoretisch. Und das schaffst du halt gar nicht mehr. Und das wissen die halt auch, dass man es heute nicht mehr rauskriegt. Warte mal kurz, ich muss einmal, ich krieg gerade etwas Kollabi hier gerade. Ich muss einmal kurz bei unserem Twitch, ich hab keine Musik. Sekunde. Schön, dass ihr schon da seid. Beziehungsweise Warum kommt die Medienquelle nicht? Ah, jetzt geht's. Ich bin, ich bin. Ich bin. Also, das ist ein Das ist ein Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, hallo, guten Tag, willkommen beim Retro-Kombaut-Stammtisch. Ich mache einmal kurz hier, es ist finito, damit ich mich noch mal höre. So, jetzt müsste das besser sein. Oder? Wunderbar, ich glaube schon, so geht das ganz gut. Ja, ja. Lieber Inso, da war ein Fenster vor. Ich mache es mal klein und dann, wunderbar. Hallo Galoo! Und ich mache für mich mal den Ton aus, damit ich mich nicht auch doppelt höre. Das ist nämlich sehr nervig. Ja, wir kommen beim Snippet des Retro-Kombaut-Audio-Stammtisches. Wir befinden uns in der Ausgabe 177. Und noch ist es hier sehr kuschelig. Ingo und ich sitzen in der ersten Reihe eines sportlichen Coupés. Und wir fahren gerade Richtung Retro-Zeit in den Sonnenuntergang. Ja, hallo, guten Abend. Der PageFall 2000. Und ich überlege immer, welche Zahl du dahinter hast, Ingo. Wieso? Wo ist die Zahl? Die 2000? Ja, ja, ich denke immer PageFall. Was war denn da hinten dran? Die 2000, ja. Ja, das ist schon wieder 22. Nicht mein Geburtsjahr. Das ist schon wieder 22 Jahre her. Ich hatte letztens jemanden, mit dem ich gesprochen hatte. Und der sagte dann, ja, er ist 2001 geboren. Und dann denkst du immer so, okay, ich bin wirklich alt. 2001 geboren. Das war damals so, Ende der 90er gab es so eine Phase. Da haben wirklich sehr viele die 2000 mit in den Namen reingenommen. Das ist halt, das war so die Zukunft. Und ja, also symbolisch irgendwie für die, also ein Symbol für die Zukunft. Naja. Ein Symbol für die Zukunft, die 2K, genau. Du hast dein, oder du willst dein Steam Deck verkaufen? Ich will mein Steam Deck verkaufen. Ich hab jetzt, das Ding lag anderthalb Wochen jetzt rum. Ich hab's schon in die Firma mitgenommen, um mich mal zu zwingen, dass ich's mal da anschließe. Und ja, ganz ehrlich, ich weiß, wie es endet. Es wird wochenlang bei mir zu Hause rumliegen. Und es hat Spaß gemacht im Urlaub. Ich hab ein paar Stunden damit gespielt. Aber ich glaube, mehr als für Rennspiele und ein paar Jump Runs, die ich eigentlich selten spiele, wird es nicht. Und ich glaub, ich hätt's wahrscheinlich gar nicht kaufen dürfen. Das war wieder so ein Impulskauf zu sagen, oh, jetzt ist meine Mail gekommen, jetzt muss ich mich entscheiden, ich habe zwei Tage Zeit, ich kaufe das. Ja, also ich bin auch nicht ganz zufrieden. Und zwar stelle ich immer mehr fest, dass ich mir Spiele bei Steam kaufe. Und die Ausschussquote, die ist enorm. Also irgendwie jedes zweite Spiel funktioniert nicht. Ich hab mir zum Beispiel jetzt City Skylines gekauft. Weil das gab's auf Handball Bundle in so einem ganz großen Paket, so mit irgendwie 32 DLCs. Plus noch einen Gutschein, noch so ein aktuelles DLC-Paket. Und das hab ich mir dann alles gekauft. Ich hab insgesamt 40 Euro bezahlt. Und ja, ich wollte es auf dem Steam Deck installieren. Und es klappt nicht. Es funktioniert nicht. Der Steam Deck stürzt einfach ab. Und ich hab alles möglich schon probiert. Auch über den Desktop-Modus. mit anderen Proton-Versionen. Und es will einfach nicht laufen. Aber der eigentliche Grund, warum ich es mal gekauft hatte, es läuft auf dem Mac. Und das ist auch sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nativ für den Arm ist. Also das hab ich jetzt keine Ahnung. Ich glaub nicht, weil die Programmierer tatsächlich auf miteinander neuen Versionen arbeiten. Ich glaub nicht, dass es da eine Arm-Version von gibt. Ja, aber es flutscht wirklich mit 4K. Überhaupt kein Problem. Und es ist sehr gut spielbar. Das macht richtig Spaß. Und ich hab ja hier auch so mehr Monitor-Setup. Und dann kann ich immer halt YouTube auf einem Monitor gucken. Und auf dem großen spiel ich dann halt das City Skylines. Ich seh gerade, dass da noch jemand reingeflutscht ist, wo wir schon dabei waren. Hallo Arne, du bist auch da. RSN887. Ja, hallo. Ja, hallo Arne. Wir lästern gerade, weil ich hab also festgestellt bei dem Steam Deck, ich hab jetzt irgendwie jedes zweite Spiel, was ich mir bei Steam kaufe, funktioniert nicht. Das ist also echt frustrierend. Ich hab mir jetzt gerade City Skylines gekauft, und zwar im Humble Bundle, so ein Riesenpaket. Ich hab jetzt da irgendwie, also 40 Euro ausgegeben. Und ja, es stürzt einfach ab, wenn man startet. Ja, da kann man sich nie sicher sein, außer es ist halt im Steam Store und mit diesem grünen Häkchen, dass es verified ist, dann läuft der nicht immer. Es hat aber kein Ausrufezeichen, es hat dieses Gelbe. Ich glaub, dass es nicht ganz läuft, aber es stimmt, es läuft überhaupt nicht. Also, ich krieg's einfach nicht zum Laufen. Ja, so was ist mir auch schon passiert. Ich glaub, die kommen nicht hinterher, weil mit jedem neuen Update des Steam Decks ändert sich das auch immer wieder ein bisschen, was läuft und was nicht und so. Aber es läuft auf dem Mac, und da läuft es echt super. Das ist für mich jetzt erst mal die Hauptsache, weil es ist halt auch so ein schönes Spiel, um nebenbei, wenn man jetzt irgendwie was auf YouTube schaut, das dann halt so nebenher zu zocken. Ja, also, ich hab sehr gute Erfahrungen jetzt mit dem Steam Deck gemacht, aber ich spiel eigentlich auch nur ältere Spiele. Also, jetzt so was Nagelneues kauf ich mir gar nicht, weil ... Das ist auch schon sieben Jahre alt, glaub ich. Ja, aber bei mir ist es halt noch älter. Ich spiel halt Gamecube und Wii drauf, das läuft super und so was. Aber ich hatte auch gerade so einen Fust, ich hab halt dieses Pinball Arcade, das kann man sich ja umsonst runterladen und kriegt ja dann einen Flipper frei. Und da hatte ich auch erst Probleme mit, das lief irgendwie nicht richtig. Und ich glaube, ich musste da irgendwie auf DirectX 11 umstellen. Da kam am Anfang immer so eine Wahl, DirectX 9 oder 11 oder so. Mit DirectX 11 ging's dann, aber es ist auch nicht immer klar, wie man die Sachen genau zum Laufen kriegt. Und dann hat mich das derartig frustriert, dass ich nur einen Flipper-Tisch hatte und dass man ja die Williams-Tische nicht mehr kaufen kann. Das muss ich jetzt auch echt zugeben. Dann hab ich mir halt einfach bei archive.org die alte Pinball-Arcade-Version runtergeladen mit den ganzen Williams-Tischen. Die gibt's da nämlich. Und hab mir so gedacht, herrgott, ich hab's mir eh schon. Ich hab's mir schon auf der Vita alles gekauft. Ich hab's mir auf der Playstation schon, alle diese Tische schon gekauft. Und dann hab ich einfach das mit Lutris dann ... Also ich hab's erst auf Windows installiert, auf meinem Windows 10 Desktop. Und dann das Installationsverzeichnis einfach rübergeschoben auf mein Steam Deck und per Lutris hinzugefügt als Wine-Spiel. Und dann lief's halt gleich auf Anib. Hab mich total überrascht. Ich dachte, ich müsste jetzt eine Stunde lang konfigurieren. Aber es lief halt direkt auf Anhieb. Jetzt hab ich halt auch die Pinball-Arcade-Williams-Tische da drauf. Allerdings eher so nicht so ganz legal. Weil ich ... Wollen die ja, dass ich mir noch mal alles auf Steam kaufe. Ich verstehe nicht, ja, mit dem Steam-Store. Weil die haben eine riesen Community. Warum kann man nicht einfach ... Das kann doch sogar Steam automatisiert feststellen, wenn irgendwo das Spiel bei einem User läuft. Also mit einer Proton-Version, mit einer Auflösung oder sonst was. Man kann es auch ohne weiteres feststellen, ja, ob derjenige da das Spiel spielt. So. Und dann wird das einfach halt gespeicherte Konfiguration mit anderen verteilt. Also das ließe sich so einfach irgendwo verteilen. Weil die haben so eine große Community. Und noch was. Der Steam-Store auf dem Steam-Deck ist sowas von Müll. Das ist so ein Mist. Das ist total arschlarm. Das ist total nervig zu navigieren, ja. Vor allem, ich raffe auch teilweise gar nicht, wie ich da navigiere. Und das ist ein Kraus. Ja, und ... Es ist schrecklich, ja. Im Desktop, was mich da auch stört, du kannst ja im Desktop-Modus, wenn du jetzt irgendwie so einen Balken hast, so einen Flussbalken, wo du nochmal mit der Maus reinklicken musst zum Scrollen, kannst du das nicht mit irgendwelchen Tasten machen. Also mit den Joystick-Tasten oder sowas. Das verstehe ich einfach nicht, warum die das nicht auch ein bisschen optimiert haben. Also die Desktop-Version mit den Tasten. Das geht auch in der Desktop-Version, aber nur dann, wenn du in diesen anderen, wie heißt der, Big-Modus wechselst, dann geht's auch dort. Aber nicht im Steam-Store. Ja, das kann sein. Also es gibt ja beim Steam-Deck diesen Game-Modus, der am Anfang immer kommt, wo alles so mit Controller gesteuert werden kann, wo der Store halt total arsch lahm ist. Und dann gibt's ja den Desktop-Modus, wo man dann auch nochmal das normale Steam starten kann. Und da ist der Store schneller. Aber wie du sagst, da muss man dann halt, das ist eher so für den Dock-Modus gedacht, dass man mit Maus und Keyboard dann so navigiert. Ja, und manche Spiele, die gehen dann plötzlich auch nicht mehr. Also je nachdem, wenn man mal ein Update durchführt, dann funktionieren wieder andere Spiele nicht mehr. Das ist also so ein Müll. Also diesen Albtraum hatte ich jetzt auch die letzten Wochen, weil dann mit, ich hatte mir auch so ein paar Spiele über den Desktop-Modus einfach installiert. So Spiele, die umsonst sind. Bei Linux gibt's ja einige, ne? Zum Beispiel Enigma war da ja drin. Oder das Doom. Genau, in diesem Discover kann man das hier einfach installieren. GZ-Doom und Enigma und so. Und ScumVM ja auch. Das war super. Und dann mit einmal lief Enigma nicht mehr. Und das war wahrscheinlich einfach, weil sich das Steam-Deck geupdatet hat. Und dann, nach ein paar Tagen, jetzt läuft Enigma mit einmal wieder, weil wieder ein neues Update kam. Also man kann sich nie sicher sein, dass der Scheiß auch wirklich konsistent läuft. Weil das halt alles, der hatte ich viel derzeit noch in einer Baustelle ist. Es ist einfach immer noch eine Baustelle. Ja, also ich bin mal gespannt. Ach, hallo Oliver. Ja, hallo. Ach, hör mal Oliver. Ich hab mir das auf Humble Bundle der City Skyline gekauft mit allen DLCs. Plus dann auch den Gutschein, den es da gab für diese aktuellen DLCs. Also ich hab jetzt irgendwie 40 Euro ausgegeben. Hab irgendwie alles mir jetzt gekauft. Und es läuft auch im Steam-Deck nicht. Ich hab's nicht. Weil du hast mir das, oder du hast es doch letztens empfohlen, dass das interessant wäre. Ja, ja, empfohlen ganz sicher. Nur ich hab selber nicht so viele DLCs, weil mir das alles ein bisschen zu... Nur es läuft auf dem Steam-Deck nicht. Aber zum Glück läuft's auf meinem Mac. Da wird das also unterstützt. Aber wenn du Platz hast, würde ich's auf dem Steam-Deck lassen, weil vielleicht mit den nächsten Updates läuft's dann mit einmal. Man weiß es ja nicht. Aber das Krasse ist, dass es wirklich abstürzt, das Steam-Deck. Also es startet neu, wenn man das startete Spiel. Also es ist ein richtig harter Crash. Interessant. Und man kann auch am Anfang irgendwelche Auflösungen einstellen, so Window-Modus, da komm ich rein, aber ich kann die nicht anklicken. Das ist halt auch so inkonsistent, dass manchmal die Maus auch nicht funktioniert. Da geht nur der Touchscreen. Ja, das ist auch ganz schlimm, ja. Anstatt, dass man dann halt irgendwie mit diesem Touchpad dann irgendwie den Mauscursor dann irgendwo da positionieren kann. Das geht nicht. Da kann man nur froh sein, dass das überhaupt ein Touchscreen hat. Weil viele der China-Handhelds, die haben ja gar kein Touchscreen. Da bist du dann völlig aufgeschmissen in solchen Situationen. Ja, aber das ist so inkonsequent. Und ich glaube auch, das ist schlecht programmiert. Auch das, wenn man dann, das ist ja oft bei Steam so, wenn man die Spiele startet, dass erst mal so eine Art Konfigurations-Window kommt, wo man die Auflösung einstellen kann in so einer Art Windows-Fenster. Das ist dann auch relativ fitzellig und klein. Und da dann mit dem Daumen diese Auflösung zu selektieren, ist irgendwie voll der Krampf. Ja, ich hab das auch dann schon vergrößert. Da kommt so ein Cooldown-Menü und man kann das irgendwie nicht scrollen. Du kannst es ja mit Steam und der linken oberen Schultertaste kannst du es ja dann vergrößern. Aber auch damit hab ich es dann nicht erwischt. Ich glaube, das war auch ausgekraut. Also du konntest es gar nicht einklicken. Da war irgendwas auch kaputt. Und es ist so frustrierend. Das ist, finde ich, auch eine Unart. Ich find das abartig bei PC-Spielen, dass diese Einstellungen nicht im Spiel selber sind. Warum kommt da immer noch so ein extra Fenster? Oder warum gibt's ein extra Programm, um das Spiel zu konfigurieren? Das muss doch im Spiel selber einfach gelöst werden. Also das find ich auch total nervig einfach nur. Diese hässlichen Fenster, die da immer kommen zur Konfiguration der Auflösung und so. Ja. Das ist aber auch nur bei manchen Spielen. Also je nachdem. Ja, aber ich versteh halt auch wirklich nicht, warum die Community da nicht auch helfen kann bei der Konfiguration der Spieler. Dass die dann halt irgendwie eine Konfigur-Datei dann einschicken und dann wird das dann halt auf Steam veröffentlicht. Und dann gehen viel mehr Spiele. Ich find, die sind so langsam. Vor allem gerade auch jetzt bei den Spielen. Also bei den Top-Sellern sollte man doch da vielleicht ein bisschen Hand anlegen. Du musst auf die Proton-DB gehen, weil da ist ja die Community eher am Start als bei Steam. Ja, und da geht's hier die Skylines angeblich, aber es geht nicht. Also zumindest nicht in der aktuellen Konfiguration. Ja, da hab ich jetzt auch immer so widersprüchliche Reviews bei manchen Spielen gelesen, wo einer sagt, es geht, und dann an anderer, nee, im letzten Update vom Steam Deck geht's wieder nicht und so. Da sieht man das auch inzwischen schon, dass das sich so widerspricht immer, diese ganzen Berichte. Das ist komisch, ja. Na ja, gut, es ist halt wie ein portabler PC. Also irgendwann hat hier ja auch mal der Hass behauptet, dass auf dem PC inzwischen alles problemlos läuft. Also das find ich echt nicht. Also zumindest nicht. Ja, es ist ja auch mit dem Windows-PC. Das darf man auch nicht vergessen. Kann sein, dass auf dem Windows-PC alles problemlos läuft. Aber hier mit diesem SteamOS auf jeden Fall nicht. Also die PC-Spieler-Erfahrung ist seit Windows 7 stark verbessert und seit Windows 10 eigentlich perfekt. Ich, diese, es gibt sehr, ganz selten mal Fehler mit, ähm, irgendwelchen, äh, DirectX war es ja früher, aber da irgendwelche Videotreiber von alten Spielen, die dann, äh, die einen Film abspielen wollen und dann irgendwo einen Absturz von einer DLL produzieren. Aber das ist, das ist ja eigentlich zehn Jahre, zehn Jahre her. Also es gibt für meine Begriffe nur zwei Probleme, die, die man unter Windows haben kann. Das ist entweder mit alten Spielen oder wenn jemand wie Warner mal einen scheiß Job macht. Ja, wie gesagt, das mit den alten Spielen. Ich hab so ein paar, ähm, aus der Windows-XP-Windows-7-Übergangsphase, die laufen halt nur sehr. Und das ist häufig so, dass das Intro halt schaltet den, den Modus irgendwie um in so einen Videomodus, wo dann halt irgendein Player irgendein Format abspielen soll und da bleibt er dann gerne mal hängen. Oder beim Umstellen spinnt der Monitor dann oder so was. Das ist das Klassische, aber. Und manchmal Auflösungen, ne? Das, wenn die, wenn du heutzutage einen 4K-Monitor hast oder einen 2,5K-Monitor und du hast ein Spiel, was vielleicht 1.280 mal 1.024 kann, dass du dann halt, ja, das Bild gerne mal hochzieht oder gar nicht richtig anzeigt. Ja, das ist, finde ich, auch so ein Anachronismus mit diesen, mit diesen ganzen Auflösungen und diesem Fullscreen-Modus. Weil das war ja früher so, dass diese Monitore alle diese Auflösungen hatten. Aber inzwischen ist ja alles fast standardisiert. Es gibt halt 1080p, Fiat K und noch ein paar andere und das war's. Nee, 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 das ist das Problem. Es gibt bestimmt 20 verschiedene Auflösungen und das ist das Problem für die Spieleprogrammiere, die da natürlich auch sitzen und irgendwie ihre Menüs zusammenklatschen und hoffen, dass das dann bei jedem gut aussieht. Und wie gesagt, ich kenne so viele Leute, die spielen mit diesen krummen Auflösungen und dann kommen noch die 21 zu 9 Bildschirme mit dazu und jetzt noch diese Samsung C9 Odyssey, dieser 41 oder 49 zu 1 Monitor, dieses Monsterteil, was irgendwie 1,20 Meter breit ist. Und dann kommen, ja, und dann die 27 Zoll, die da nochmal eine andere Auflösung, äh, 37 Zoll, die nochmal eine andere Auflösung haben als die 34 Zoll. Und oh Gott, oh Gott. Ich finde eigentlich, es ist so die letzten zehn Jahre, hat sich das unheimlich in die Breite gezogen. Jetzt spätestens mit diesem gebogenen Bildschirm und hast du nicht gesehen. Das, ähm, das gibt eine unendliche Zahl von Auflösungen eigentlich, je nachdem, wie die Dinge eingestellt sind. Das, äh, und vor allen Dingen, was man da bei sich da auf dem Schreibtisch stehen hat. Das ist, ähm, also ich fand eigentlich vor zehn Jahren hattest du das noch nicht so. Da hattest du irgendwie so drei, vier Standardauflösungen und dann Gibi. Genau. Man kann sich eigentlich auch nur freuen, dass man das überhaupt so schön konfigurieren kann, weil das Steam Deck hat ja auch eine ganz komische Auflösung. Das hat ja 1.280 mal 800. Das ist aber eine relativ normale Auflösung unter PCs. Alles klar. Weil das wird ja zum Glück von den meisten Spielen auch so direkt nativ unterstützt. Das ist auch gut, weil komisch ist es schon. Also dieses mal 800, das muss ich dann auch immer in den ganzen Spielen extra noch mal auswählen eigentlich. Dass ich dieses mal 800 ... Weil die meisten haben so mal 768 voreingestellt oder irgendwie so was. Oder nee, 1.280 mal 720 ist meistens voreingestellt. Aber man kann es dann halt auf 800 meistens umändern. Das ist auch etwas komisch. Ja, aber ich sag mal, Notebook-Bildschirme gab es schon recht lange, die diese Auflösung hatten. Ja. Aber das ist auch wirklich nur ein kleines Problem mit der Auflösung. Das andere große Problem am Steam Deck sehe ich zurzeit im Docked-Modus, weil der ist echt noch so ein bisschen buggy. Zum Beispiel, ähm, äh, wenn ich das docke, dann ist es ja eigentlich klar, dass ich nicht das Steam Deck als Controller verwenden will, sondern natürlich irgendwie meinen anders angeschlossenen PlayStation-Controller oder den sozusagen, der da extern angeschlossen ist. Aber ich muss trotzdem bei jedem Spiel ins Menü gehen und immer die Controller-Priorität ändern, weil der natürlich voreingestellt auf das Steam Deck selber ist, obwohl's ja angedockt ist. Nur was erwartest du denn? Die kriegen ja den Rest ja noch nicht im Griff. Also die sollen erst mal auch die Spiele mal im Griff kriegen, dass zumindest mal mehr als 50 Prozent aller Spiele auf Steam laufen. Das ist utopisch. Aber mit den Controller genauso, weil manche Controller laufen dann auch nicht mit manchen Spielen. Ja, aber Mainstream-Spiele, ja, wo man vielleicht irgendwie die Top-100-Spieler, die auf Steam verkauft werden, die sollten das auch mal hinkriegen. Selbst das ist utopisch. Dann die Top-50-Spiele. Ja, nee, weil du brauchst ja in jedem Fall dann auch einen Hersteller, der mitzieht. Ja, manchmal reicht aber die Konfiguration. Also, dass dann bestimmte Proton-Versionen funktionieren oder Auflösung. Und da hab ich vorhin schon gesagt, warum kann man das ja nicht so machen, dass die einfach tracken, welche User ein Spiel erfolgreich zum Laufen zu bekommen. Und dann wird diese Konfiguration mit anderen Usern dann quasi ausgetauscht. Man könnte das einfach anbieten im Menü. Zum Beispiel bei Controllern wird's einem ja angeboten. Also, wenn ich meinen PlayStation-4-Controller als Controller 1 da in der Priorität setze und ein Spiel starte, dann kommt so eine Auswahl an Community-Layouts, wo ich mich dann entscheiden kann, da hat jemand ein Controller-Layout für dieses Spiel gemacht, was schon 1.200 Leute, ähm, sozusagen ein, äh, Gefällt mir da gemacht haben. Und es wurde schon in so vielen Hunderten von Stunden Spiel wirklich benutzt. Da kann man das direkt sehen. und die populärsten hatten ganz oben. Dann kann man einfach dieses Controller-Layout per Klick übernehmen und muss sich nicht darum kümmern, diese ganzen scheiß Tasten da auf den Controller zu mappen. Und das könnten sie ja mit den Optionen, Auflösung und so auch machen, dass sie einfach sagen, so viele Steam Deck-User haben das Spiel mit diesen Settings gespielt, bitte einfach übernehmen. Das gibt's aber noch nicht. Das ist ja vielleicht irgendwann mal auf dem Plan. Das weiß man ja nur nicht, was die gerade für Prioritäten haben. Wer weiß, was da noch für Bugs sind, die euch nie aufgefallen sind. Du kriegst das anders nie in den Griff bei den ganzen Spielen. Das muss auf die Community sozusagen ausgelagert werden. Mit diesem Verify, dass Steam das selber macht, das schaffen die nie. Ich weiß nicht, wie viele Spiele Steam gerade hostet. Sind das mehr als 150.000? Ja, mit Sicherheit. Wie willst du das schaffen als Firma? Das geht nicht. Und bei ganz vielen Spielen ist ja auch einfach nur so ein Fragezeichen, weil hat sich noch keiner angeguckt bei Steam. Dann sollten sie doch mal auswerten, die Community, welche Spiele da gespielt werden. Dann können sie ja dann checken irgendwie. Dass sie versuchen, und einfach die Spiele, die am meisten gelauncht worden sind, dass sie die einfach dann halt auch bereinigen. Also es gibt ja da sehr einfache Möglichkeiten, eine Nachfrage zu evaluieren. Ja. Ich hab nur im Moment so ein bisschen den Vibe ... Ich hab jetzt das Gerät nicht. Deswegen nur, ich hab so ein bisschen das Gefühl, das hat so den Vibe wie der Warenkorb im Epic Store. Das ist vielleicht gar nicht für den Hersteller im Moment wichtig, weil der ganz andere Themen auf dem Plan hat. Welche? Bugs? Einfach allgemein die ganzen Bugs zu fixen, die ja auch noch da sind. Es gibt auch ziemlich üble Bugs. Zum Beispiel gerade mit dem Dock-Modus hab ich nur Bugs in einer Tour. Also wenn ich das docke, manchmal erscheint das Bild nicht auf dem HDMI-Bildschirm, dann muss ich wieder ab- und wieder anstöpseln das Dock. Oder wenn ich das Dock abziehe, dann ist der Bildschirm schwarz und du denkst schon, oh, mein Steam Deck ist kaputt, der Bildschirm ist kaputt. Dann muss man halt den einmal aus- und wieder anschalten und all so ein Kram. Da sind wirklich noch ziemlich ... Da hab ich mir auch schon gedacht, hat Linux vielleicht einfach noch ein Problem mit Multimonitor-Setups? Weil früher war das ja bei Linux immer ein Problem. Ja, dann ist es wohl echt einfach Steam Deck. Die haben sich noch nie darum gekümmert, um diesen Dock-Modus. Weil die verkaufen ja auch denen auch gar nicht das Dock. Stimmt, das Dock ist ja noch gar nicht ... Genau, ich vermute mal, dass die das so hinten dran gecued haben und dass das Ganze halt auf eigene Gefahr läuft. Das kann sein, weil es das Dock ja auch gar nicht gibt. Oder was auch sein kann, du hast ja das Anchor-Dock. Ich glaub, das hab ich ja auch das Gleiche, wie du hast. Dass es vielleicht inkompatibel ist. Das kann auch sein. Naja, es funktioniert ja so halb. Ja, aber das hab ich auch schon festgestellt bei Mac, dass dann halt auch viele Docks so ab und zu mal funktionieren. Und manchmal fällt dann irgendwie mal ein Gerät aus. Da muss man es wieder abziehen oder wieder anstecken. Bei meiner Tastatur hab ich das häufiger. Dass irgendwann mal die Tastatur nicht mehr geht. Und dann muss ich dann das USB-C-Kabel von meinem Hub abstecken, wieder neu anstecken. Dann geht's wieder. Ja, ja, das ist auch zurzeit ein Trauerspiel. Ich hab auch das Gefühl, dass sich diese Situation eher verschlechterst. Ich hab das Gefühl, früher ging sowas schon mal besser. Gerade bei MacBooks hat sich in den letzten paar Updates auch das verschlimmbessert, dass es nicht mehr so gut geht mit diesen externen Docks. Ja, vor allem, wenn du jetzt so wenig Anschlüsse hast, dann bist du ja angewiesen auf Hubs. Und gerade bei den Docking-Stations, da wird ja so viel Geld verlangt, also mehrere hundert Euro. Und es gibt irgendwie keine Docking-Station, die wirklich hundertprozentig richtig funktioniert. Ja, es gibt immer irgendwelche Probleme. Wahrscheinlich, weil auch die Chips, die in den Docking-Stations verbaut werden, dann selber irgendwelche USB-Protokoll-Bugs sozusagen noch drin haben, die man dann mit irgendwelchen Quirks im Treiber, im Betriebssystem umgehen muss und so. Das sieht man ja auch bei Linux. Da sind ja bei ganz vielen dieser USB-Gerätetreiber irgendwelche Quirks, weil bestimmte Chips, die in bestimmten Geräten verbaut werden, halt mit irgendwelchen bestimmten Kommandos dann doch nicht klarkommen und dem Standard halt nicht hundertprozentig entsprechen. Und dann wird da halt im Treiber drumherum gedoktert. Aber im Idealfall hast du ja deine Docking-Station, deine Thunderbolt 4 Docking-Station, die du dann anschließt und dann sind dann irgendwie noch zwei Bildschirme dran, eine SSD und der Strom wird dann über USB-C PD dann da weitergeleitet, durchgeleitet und du brauchst dann kein Netzheimer anschließen. Das wäre eigentlich der Idealfall. Aber das funktioniert irgendwie nicht in der Realität. Es funktioniert halt zu 90 Prozent und dann irgendwann hat man ein Problem, dann geht es mit einmal nicht und man fragt sich, was ist los. Aber ich muss sagen, für mich das Steam Deck, obwohl der Dock-Modus jetzt ein bisschen fehlerhaft ist, ist das für mich das Nummer eins, ist das Feature für mich eins der wichtigsten geworden. Weil ich finde das so genial, dass ich das Steam Deck halt am Bildschirm hier spielen kann, am Schreibtisch und dann halt im Bett weiterspielen kann mit den gleichen Spielständen. Das ist schon eigentlich ein Killer-Feature, finde ich. Weil wenn du am PC spielst, dann bist du eigentlich daran gebunden. Also, wie soll man sagen? Ich kann das gar nicht so richtig festmachen. Also, wenn ich ... Früher war das zum Beispiel am Thin Client. Ich habe viele Spiele gerne am Thin Client gespielt, aber die Spielstände waren dann halt nur auf dem Thin Client. Und wenn ich dann auf dem Windows-Desktop-PC zum Beispiel weiterspielen wollte, dann hätte ich die Spielstände halt mühsam per FTP oder so rüberkopieren müssen. Und diese Idee, dass man ein Gerät hat, was man gleichzeitig als portables Gerät und als stationäres Gerät verwendet, ist ja eigentlich genial. Weil du hast alle deine Spielstände da drauf. Du kannst direkt so weiterspielen, egal in welcher Situation. Das ist für mich schon ein ziemliches Killer-Feature. Ja, ich muss auch sagen, was mir am Steam Deck gut gefällt, jetzt kommen wir mal zu den positiven Dingen, dass man es halt sehr schnell einsetzen kann. Ich habe halt immer diesen Stand-by-Modus. Und ich habe zum Beispiel Monster Hunter World mal ausprobiert. Ich weiß gar nicht, woher ich das hatte. Ach so, es gab bei Humble Bundle so ein Capcom-Paket. Und da war Monster Hunter World dabei. Da wollte ich das mal ausprobieren. Und das läuft super. Das ist absolut perfekt. Und man kann das halt dann jederzeit in einem Stand-by-Modus pausieren. Und dann macht man es an. Und nach zwei Sekunden kann man weiterspielen. Und das eignet sich halt perfekt, so mal um fünf Minuten mal zu zocken. Und ja, dafür ist es halt super. Genau, das ist schon sehr cool. Also ja, wirklich toll. Ich habe auch ganz viel Flipper gespielt auf dem Steam Deck. Wie gesagt, Pinball Arcade, weil ich da die alten Williams-Tische halt jetzt da bei Lutris drin habe, die man ja sonst nicht bekommt mehr im Store. Und auch Pinball FX wieder weitergespielt. Das macht einen Heiden-Spaß. Hier am großen Bildschirm und dann halt im Bett weitergespielt. Und so, es ist schon toll. Ach so, und Beat'em Ups sind auch ganz gut zu spielen, finde ich. Ich habe zum Beispiel jetzt auch mal die Street Fighter 4 und 5 mal ausprobiert. Und die machen Fighting-Games. Aber Beat'em Up ist ein Stichwort für mich, weil ich habe Redebedarf. Ja, red mal hoch. Weil ich habe angefangen mit Shredder's Revenge. Und? Ja, geil, ey. Es ist nicht ganz so gut wie Streets of Rage 4, aber es macht genauso viel Spaß. Nee, ich habe es noch nicht durchgespielt. Also das Ding hat ja 16 Level. Ich habe die ersten sechs jetzt gespielt. Was sehr interessant ist, ist erst einmal so, bei Shredder's Revenge, wer das nicht weiß, das ist so eine Art geistiges Sequel zu den Turtles Arcades von früher. Und rausgebracht wurde es von DotMod. Und entwickelt wurde es nicht von den Streets of Rage-Machern, obwohl es der gleiche Publisher ist, sondern, ich weiß jetzt gerade den Namen von dem Team nicht, auf jeden Fall sehr interessant gemacht. Erstmal der Grafikstil, da fängt das schon mit an. Extrem charmant. Sie haben sich für den Pixel-Grafikstil entschieden. Nur der ist noch wesentlich feiner ausgearbeitet, als es bei den Konami-Arcades war. Die Animationen sind fantastisch teilweise. Und unheimlich gut inszeniert auch, wie die Gegner dort eingeführt werden. Sie haben sich wesentlich stärker an so Zeichentrick-Szenen orientiert, als an Arcadigen Szenen. Das ist schon mal das eine. Das nächste, was auffällt, ist, wenn man es spielt. Das Kampfsystem ist nicht ganz so schlicht, wie man das eigentlich von Konami-Arcades gewohnt ist. Ich sage jetzt mal was, was vielleicht jetzt so für einige so ein bisschen wie Blasphemie wirkt, aber ich fand eigentlich, Konami-Arcades waren von der Spielmechanik nie so gut, wie die von Capcom oder Sega. Die haben halt immer sehr viel davon gelebt, dass sie halt sehr viel Action hatten und witzige Dinge auf den Bildschirm gebracht haben und haben auch ein bisschen mehr versucht, lieber mit leichter Abwechslung in dem Ablauf zu punkten. Aber so rein von der Spielmechanik war das eigentlich nie so überwältigend. Und hier haben sie dieses Mal so ein bisschen mehr Kombolastigkeit reingenommen. Also sie haben das jetzt zwar nicht so weit getrieben wie bei Streets of Rage, aber so gewisse Mechaniken, die kommen einem doch sehr vertraut vor. Das geht so alleine mit so Dingen wie halt, du kannst einen Gegner an den Bildschirmrand schmeißen und wenn er zurückfällt, dann kannst du ihn wieder treffen und dann kannst du halt so auf diese Art und Weise zum Beispiel irgendwie multiple Treffer irgendwie landen, ohne dass er sich wehren kann. Und was ebenfalls noch für meine Begriffe etwas ungewöhnlich ist, ist, die Attacken haben so eine Art ganz kurze Abklingenmechanik. Das, ich würde das mal vergleichen, also bei Super Mario kennt man das ja mit dem Rutschen und hier ist es halt so, wenn du schlägst, dass du immer so einen gewissen, gewissen Moment hast, wo der nächste Schlag noch nicht sitzen kann. Was sie aber im Gegenzug gemacht haben, ist, sie haben es leichter gemacht, Gegnern auszuweichen. Dadurch verändert sich das Spielgefühl ein wenig gegenüber anderen Konami-Beatm-Ups, aber es ist trotzdem flüssig genug, weil das gesamte Level-Design ist total darauf ausgelegt und ich empfinde es, obwohl es sich etwas anders spielt, leichter zu spielen als die Arcades früher. Und trotzdem durchaus fordernd. Also man muss schon was tun, aber es ist halt die, du kannst die Attackwellen besser einschätzen von den Gegnern und du kannst denen besser ausweichen. Und für meine Begriffe hat das zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist für Singleplayer, weil man als Singleplayer wesentlich besser reinkommt in dieser Art von Spiel. Und das andere ist wahrscheinlich bei Multiplayern, weil du nicht unbedingt so darauf angewiesen bist, dass alle so voll die Cracks sein müssen, wenn die da spielen. Was ich übrigens auch erstaunlich finde. Ich habe irgendwie gesehen, ich glaube, man kann das zu 6 oder zu 7 oder sogar zu 8 spielen. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf welcher Plattform spielst du es? Ich habe es auf der Xbox, weil es jetzt gerade im Game Pass reingekommen. Oh, das ist toll. Weil ich habe mich direkt auf die Watchliste in Steam gesetzt, aber im Game Pass, da schaue ich mich natürlich noch mal so an. Ja, übrigens auch auf dem PC im Game Pass. Ja. Ich glaube, es hat 6 Spieler, wurde gerade im Chat gesagt von innen so, 6 Spieler on und offline. Ich habe es halt bislang nur alleine gespielt, aber das ist so etwas, das macht mir sehr viel Laune. Wie gesagt, ich finde zwar, Streets of Rage ist rein von der Spielmechanik und auch wie die Level aufgebaut sind und so tatsächlich wesentlich durchdachter, aber es spielt sich halt nicht so flott. Und dadurch kommt hier sehr viel Spaß auf, vor allen Dingen auch durch die vielen grafischen Details im Hintergrund. Die gesamte Gestaltung auch der Level, das ist teilweise wie eine Hommage, und zwar von allen Automaten, die es gab, inklusive Hyperstone Haste. Und bei der Spielbarkeit, ich habe eben einen Review gesehen, der ein bisschen kritischer war, hier von Electric Underground, der sich so ein bisschen darüber beklagt hat, über dieses Momentum, was halt hier in den Attacken halt drin ist. nur halt, wie gesagt, ich empfinde das wirklich so, dass man wesentlich angenehmer ausweichen kann. Und das ist eigentlich etwas, was für Einsteiger sehr hilfreich ist bei dieser Art von Spiel, weil ich immer so früher den Eindruck hatte, als ich noch nicht so wirklich warm war mit dem Genre, da hast du ja irgendwie so das Gefühl, du wirst irgendwann überrannt. Und das hast du bei diesem Spiel so nicht. Der sieht fein aus. Also das wäre genau so mein Fall. Soundtrack auch super. Titelmusik, ich meine nicht, dass es ganz das Original ist, aber es ist die Originalmelodie von der internationalen Version von den Ninja Turtles. Also es ist nicht Frank Zander, der da los trellert. Super krasse Hero Turtles. Das meinst du? Ja. Frank Zander, alleine der Begriff ist schon. Ja, wie gesagt, also ich kann es wirklich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, auf jeden Fall, wenn man mit dem Genre was anfangen kann. Wie es sich weiterentwickelt, kann ich jetzt so nicht sagen. Also mir gefällt halt diese Mischung her von diesem tollen Grafikstil, diesem Grafikstil, diesem sehr, ich finde wirklich einsteigerfreundlichen Kampfsystem und vor allen Dingen diesen ganz, ganz vielen Details, die da im Hintergrund waren. Mir haben auch die Bossfights bislang ziemlich viel Spaß gemacht, vor allen Dingen der Rattenkönig. Ich konnte mir ganz grinsen nicht verkneifen, wenn dann plötzlich der Rattenkönig irgendwie in Gegnerwellen irgendwelche Ratten-Schwärme angelockt hat und du musst irgendwie versuchen, die so geschickt zu ihm hüpfen und das wirkt schon fast wie ein Rhythmusspiel an der Stelle. Nee, es ist wirklich schön gemacht. Auch so die ganzen Idle-Animationen, also wie gesagt, diese Animationen habe ich eben ja schon gelobt. Die sind wirklich super. Ja. Das war so das Ding, was gestern halt auf den Markt kam und bei mir einen ziemlichen Impact hinterlassen hat. Ja, muss ich mir mal anschauen. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Weil ich mag ja so Spiele, die man im Coach-Coop dann mit anderen Leuten spielen kann. Ja. Hast du den Automaten mal probiert, der mit diesen vier Spielern, der ist auch Wahnsinn, der habe ich in einer Spiele-Telle gespielt. Damals aus den 90ern. Ja, aber mit mehr als zweien habe ich an dem Ding nie gestanden, weil die Welt um mich rum konnte mit Beat'em Ups nichts anfangen. Ich habe, glaube ich, damals nur zugeschaut. Ich habe nie selber gespielt. Also bislang war ja immer so mein Favorit von den Turtles Arcades tatsächlich der Erste. Ich bin, ich gehöre zu den wenigen, die nicht Turtles in Time bevorzugen. Aber da war das auch schon toll, auch mit den vier Spielern. Beziehungsweise ja in meinem Fall zwei Spieler, weil, wie gesagt, in der Mangelung von Mittelspielern. Also der Automat ist gigantisch riesig auf jeden Fall. Und da steht man dann, wir haben es mal zu dritt gespielt, da steht man dann halt zu dritt an diesem, das Control-Panel ist viel größer als der Bildschirm. Das ist so richtig breit, total durchgeknallt. Hat Konami ja öfter gemacht, ne? Ich kann mich auch noch an den Simpsons-Automaten erinnern. Ja, das hat schon was, so was. Also es ist dann schon eine Gaudi. Ja. Ich glaube, auf dem Super Nintendo hatten wir es damals, das Turtles in Time, auch. Und da haben wir es immer nur zu zweit gespielt. Ich glaube, es ging auch nur zu zweit. Genau weiß ich's nicht. Das war auch schon super. Ich glaube, damals, als ich den Automaten gesehen hab, da hätte ich nie gedacht, dass man so was mal zu Hause spielen könnte. Also Turtles in Time, die Heimumsetzung ist aber auch, man merkte schon, dass es auf einer anderen Hardware ist, nur das Level-Design wurde. auch so ein bisschen mehr für so heimische Spielen optimiert. Also, dass diese der Schwierigkeitsgrad nicht so kurvenhaft ansteigt, wie es halt beim Automaten der Fall ist. Ja, das Super Nintendo-Spiel war überraschend leicht. Mein Bruder und ich haben das auch dann relativ schnell durchgespielt, nachdem wir es uns gekauft hatten. Aber das Neue sieht wirklich aus wie so ein Hommage daran. Obwohl die Turtles in dem Neuen, die sind etwas kleiner. Also, in dem Originalen auf dem Super Nintendo waren die relativ groß. Und hier sind sie mit einmal nur so ganz klein, fast schon viereckig irgendwie. Ja, aber es passt schon. Also, so du gewöhnst dich halt schnell dran. Das ist, glaube ich, auch mehr so, um eine einheitliche, halbwegs einheitliche Größenordnung zu haben zwischen den Charakteren, würde ich mal sagen. Ja. Tja, das Spiel gibt's ja auch für die Switch. Da hab ich mir auch überlegt, das wär witzig mit den sechs Joy-Cons dann so. Könnte man das dann zocken mit den sechs kleinen Joy-Cons? Wie viele Knöpfe braucht man denn? Nur zwei, oder? Gibt's da mehrere Attack-Knöpfe oder so? Nee, du brauchst, glaube ich, drei, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Also, das Ding hat schon ein bisschen ... Ach nee, beim Alten waren's auch mehr, stimmt. Ja, wie gesagt, also, hier ist aber auch bei dem Spiel die Mechanik etwas erweitert. Also, wenn du da spielst, du merkst schon, dass dort auch Einflüsse mit drin sitzen aus Streets of Rage 4. Das merkst du total. Ich hab Streets of Rage 4 auch mal angetestet. Und von der Grafik fand ich's super, aber vom Gameplay fand ich's doch etwas repetitiv. Es hat mit Abstand die beste Spielmechanik aller Beat'em-Ups. Echt? Also, auch besser als Turtles jetzt, deiner Meinung nach, nicht. Sogar erheblich. Also, da muss man sich nur ein bisschen mit beschäftigen. Das ist ... Weil da merkst du eigentlich so, weil Streets of Rage ist ja ein sehr kombolastiges Beat'em-Up, was ja auch nicht so üblich ist sonst. Ja, gut. Und ... Also, bis jetzt so die ganzen Testberichte waren ja auch relativ gut. Und ich überlege auch noch, ob ich's mir hole. Weil ich hab ja hier noch eine Switch, die nicht gehackt ist, wo ich's dann auch spielen könnte. Ja, und ich würd's sagen, so die meisten Testberichte, ich geh da mit. Also, der einzige, wo ich jetzt nicht ganz so mitgehe, den ich bislang gelesen hab, ist der von Gamers Global. Weil, aber das ist so, weil mein Eindruck ist so, das ist so ein bisschen so falsche Prämisse gewesen. Ansonsten sag ich mal so, ich hab verschiedene Meinungen gesehen zwischen gut und hervorragend. Und je nachdem, wie man zu diesen Spielen steht, würd ich sagen, passt das auch immer. Was mich auch noch wundert ist, das ist ja von diesen Leuten, die heißen Dotemu. Und ich glaube, die haben eher so gemischte Sachen gemacht. Das war nicht immer alles gut von denen, glaub ich. Ich kann mich nur noch so erinnern ... Dotemu ist ein Publisher. Das ist ein Publisher. Ach so, okay. Ähm, die Studios sind andere. Ja, okay, da macht's ja wieder Sinn. Aber das Dotemu hatte ich jetzt nicht so als so besonders gut in Erinnerung. Also, mir fallen schon mal die beiden Lizard-Cube-Dinger ein. Die haben von denen ist ja auch das Streets of Rage 4. Und auch unter anderem hier das Wonderboy 3 Remake. Ja, na gut. Beziehungsweise Don't Not heißen sie. Ach, Don't Not? Ich dachte, das war Dotemu, oder? Nee, Dotemu. Du hast recht, Dotemu. Don't Not sind ja die von Life is Strange. Die sind super. Moment. Dotemu, genau. Jetzt mal mal gerade gucken. Was haben die denn sonst noch gemacht? Na ja. Also, ich leg mal los. Ich glaub, du wirst gleich deine Meinung etwas revidieren. Von denen stammt unter anderem ansonsten auch Metal Slug Tactics, Windjammers 2, East Origin. Die vertreiben momentan Titanquist. Überhaupt die gesamte East-Reihe. Das ist Another World, vertreiben sie. Und noch einige Klassiker. Hier sind hier dann mit dabei. We have no mouth but must scream. Raiden Legacy. Neo Turf Masters. Peng Adventures. Ja, genau. Okay, das macht aber Sinn. Weil ich glaube, dieses Windjammers 2, das hatte ich mal immer angeguckt und fand's jetzt nicht so toll. Da sind die alle auch total abgegangen, wie toll das ist. Aber mir gefiel tatsächlich das Alte besser. Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich kann mit Windjammers nicht so viel anfangen. Naja. Dann sag ich jetzt auch mal guten Abend. Hallo, Miri. Da ist eine Frau im Channel. Die hat mich auch ziemlich erschreckt, weil sie klang ein bisschen so wie aus einer Dose. Was? Du heilst ein bisschen. Immer noch? Du hast, glaube ich, das falsche Mikro an. Kann das sein? Du hast kein Mikro. Moment. Ich gucke. Das kommt mir doch bekannt vor, was ich da höre. Was ist denn das? Robotron oder sowas? No. Ah, ein Flipper. Das ist ein Flipper. Ja, du hast mich gerade inspiriert, ja. Ist es Gorga oder Fire... Fire... Nein. Es ist Williams. Also ein Williams-Flipper. Also ich kenne den auf jeden Fall. Ich habe ja auch ganz viel Flipper gespielt. Was war's denn? Was ist es denn? Sag mal. Space Shuttle? Nee. 100 Punkte. Es ist Space Shuttle? Ja. Irre. Ich wusste es doch. Der war ja auch ganz früher bei der Wii in der Pinball Arcade schon drin. In der Williams-Collection. Ich habe ihn in Herne. Halle ich übrigens immer noch? Halle ich noch? Du klingst etwas müllig. Du heilst und klingst etwas, als würdest du in eine Bierdose reden, ja. Immer noch? Immer noch dasselbe. Es geht. Ich würde es erst auch okay. Welches Mikro benutzt du denn? Das vom Headset. Ja, das klingt muffelig. Also wir haben hier immer nettere Worte, um irgendwie die Sprache von der Miri zum Schmeicheln. Wer nicht schmeichelt, kriegt doch keine schmeichelnden Worte. Wer möchte denn geschmeichelt werden? Jeden Tag. Wer ist jeden Tag? Das ist der kleine Bruder von gestern Abend. Ja, und du. Mir wird auch nicht geschmeichelt. Warum soll es anderen besser gehen als mir? Das ist ja nicht meine Arbeit. Stimmt. Was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht mehr so müllig klinge? Ich habe nämlich schon einen Neustart gemacht gehabt eben. Ich stecke mal gerade die Buchse raus und wieder rein. Moment. Ja, steck mal raus und rede, weil vielleicht ist das falsche Mikro eingestellt. Während Miri mit ihrer Buchse spielt, können wir ja weiterreden. Das habe ich noch gehört, Rolf. Danke. Wusstet ihr, dass Leck mich in das Arsch, Leck mich am Arsch heißt? Leck mich ins Arsch ist gut. Mein Vater hat früher immer gesagt, Leck mich in das Arsch. Und ich dachte, das heißt, Leck mich in die Tasche. Und ich dachte immer, was soll das? Aber das heißt ja, Leck mich in das Arsch. So, und ihr könnt jetzt mal raten, was für ein Spiel wohl das Spiel Black Hole Assault ist. Das ist ein Mega-CD-Titel. Ein Schmups. Wie höre ich mich jetzt an? Gleich. Das war mit in dem Video, was ich letztens gesehen habe, wo es darum ging, irgendwelche mehr als zweideutigen Namen für sehr harmlose Spiele. Black Hole Assault. Ja, Black Hole halt. Ich habe eine Frage. Es gibt doch bei dem Steam Deck die Toilettensimulation von Wolf. Wo du irgendwie die Toiletten ... Kenn ich nicht. Ich kenne Toilettensimulationen. Die hatten wir gestern gespielt. Die ist Whiskit. Nein, diese ... Die kann alles. Das Spiel, was dir die Bedienung von dem Steam Deck näher bringen soll. Ach so, du meinst, ja, ja, klar, dieses Aperture Science Job oder so. Ja, Desk Job, ja. Ja, also ich fand es jetzt nicht so doll. Hast du es durchgespielt jetzt auch? Nee. Nicht wirklich. Ja, du musst es mal durchspielen. Das dauert auch nur 20 Minuten. Ich fand es irgendwie ... Ich fand es gut. Okay, hier passt das Wort. Scheiße. Ich fand es ganz witzig. Es ist halt nur, dass man ... Das ist ein Tutorial, damit man die Kröpfe kennenlernt. Also die Grafik ist super. Die ist echt toll. Aber, ja. Ach so, und ich bin mittlerweile echt zufrieden mit dem Lüfter. Der ist wirklich okay, finde ich. Also damit kann ich jetzt leben. Ja, da habe ich tatsächlich auch schon wieder was zu meckern jetzt. Weil mir ist es jetzt heute passiert, dass mein Lüfter manchmal mit einmal anging, obwohl gar nichts passierte. Ich war nur so im Menü. Vielleicht war es, weil ich im Store war und der Store so viel Rechenzeit braucht wegen dem Scheiß, weil der so langsam ist. Und dann hast du die Beta-Firme-Updates? Nee, ich habe wieder zurück auf Stable gestellt. Ah, okay. Ja, dann selber schuld. Nee, weil die neue Lüfter-Kurve wurde ja in das Stable übernommen schon. Ah, okay. Gut. Ich hatte so viele Probleme mit dem Dock-Modus, dass ich echt wieder auf Stable zurückgewechselt bin, weil ich dachte, das liegt an der Beta. Weil wenn du einmal auf Beta stellst, dann bekommst du ja immer die Beta-Version. Und dann dachte ich, naja, ich wollte ja eigentlich nur diesen 60-Hertz, 50-Hertz-Modus und diesen Lüfter-Kram haben. Der ist jetzt eh schon in Stable. Dann mache ich ab jetzt mal mit Stable weiter. Wie kannst du denn zurückschalten? Einfach, das geht in den Settings. Unter Settings, da kann man irgendwo einstehen, Beta oder Stable. Und selbst wenn du auf Stable stellst, behältst du weiterhin die Lüfter-Kurve. Die ist halt schon im Haupt-Branch sozusagen gelandet. Okay. Weil das ist ja schon etwas risikoreich, wenn da irgendwas crasht. Vor allem, ich habe auch gar kein Backup von meinem Steam Deck. Ich habe da inzwischen über einen Terabyte drauf. Und ich habe ja die SD-Karte, die ist ein Terabyte. Und das interne, 64 Gigabyte. Und ich muss davon meinen Backup machen, weil ich habe so viel installiert inzwischen. Und das Zeug, was man bei Loot ist und so installiert, das ist ja auch irgendwo dann auf der internen ... Aber ganz ehrlich, wie viel davon spielst du? Ja, fast nichts. Aber ein paar habe ich jetzt schon gespielt. Also einiges habe ich jetzt schon gespielt. Ich habe bei meinem Mister eine 512-Gigabyte-Karte drin. Ja, und habe mir vor kurzem gedacht, dass ich so den ganzen Nachmittag irgendwie Saturn- und PS1-Spiele draufgeklatscht hatte. Mensch, die Karte muss doch bald voll sein. Und dann habe ich irgendwann mal auf Eigenschaften gedrückt. Und das waren irgendwie 142 Gigabyte belegt von ... Ja, und ich dachte mir, okay, ich habe so viel draufgeklatscht. Ich habe so viele Systeme draufgeknallt. Und ich kriege die Karte einfach nicht voll. Und wenn ich dann immer höre, oh, ein Terabyte, die ist voll. Nee, aber das ist kein Problem. Also, Miri, du musst ja einfach alles runterladen. Alles auf Tosek. Also wirklich, das kann ich locker toppen. Du hast gesagt, du hast 512 Gigabyte. Ich habe auf dem Mister intern 512 Gigabyte, extern 5 Terabyte. Und das ist alles voll. 5,5 Terabyte voll. Du hast doch die kleinen, Arne, oder? Ich rede jetzt gerade vom Mister, nicht vom Steam Deck. Ach so. Auf dem Mister habe ich 5,5 Terabyte voll. Es ist wirklich nichts mehr da. Ich habe noch 100 Gigabyte frei gerade. Ich verstehe das nicht. Wie kriegst du da so viel? Also, 5 Terabyte Spiele. Also, wie schafft man das? Ja, das geht ganz einfach. Du nimmst halt, da kam ja der PlayStation Core raus. Dann brauchte ich natürlich die komplette PlayStation-Sammlung. Aber nicht nur US, sondern auch Japan und Europa. Ja, aber du spielst doch vielleicht nur 5 Prozent davon. Wenn überhaupt. Ja, aber das ist ja wichtig, dass man es hat, wenn man es braucht. Aber dann hast du es doch auf dem Computer oder auf einer externen Festplatte. Und wenn man es dann mal spielen will, dann kann man sich das doch draufschmeißen. Also, ich kann das nicht mal spielen. Nee, das ist mir dann zu viel Nerv. Das mache ich lieber dann einmal. Der Witz ist ja, ich spiele ja irgendwie nur ein Montan-40-20-Spiel mit dem Mister. Und da reichen eigentlich auch 5 oder 12 Megabyte oder so oder weniger. Da reichen auch 100 Megabyte. Ach, Quatsch. Da reichen auch 5 Megabyte. Naja, gut, du brauchst ja schon noch das System, also das Betriebssystem vom Mister. Also, es fing an bei mir mit, als der DOS-Core kam. Da gab es ja so ein Image mit so Spielen auf einer Festplatte, was irgendwie 80 Gigabyte groß war. Da ging es los, dass auf einmal der Mister Platz brauchte. Und dann ganz schlimm wurde es mit dem PlayStation-Core. Und jetzt, äh, dann wurde es schlimmer mit dem PC-Engine-Core. Wegen, äh, TurboGrafx-CD und Sega-CD. Das war auch schon relativ groß. Mehrere 100 Gigabyte jeweils. Dann PlayStation hat natürlich den Vogel abgeschossen. Das ist alleine schon über irgendwie ein Terabyte. Ja, aber die ganzen RPGs würde ich gar nicht benötigen. Also, RPGs zum Beispiel würde man ja schon mal sofort wegfliegen. Also, das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich nicht alle RPGs lösche. Das habe ich mir überlegt, ja. Ja, genau. Das ist eine Mega-Arbeit. Aber dieses Archiv für DOS, könntest du mir da vielleicht mal einen Link von schicken? Weil da hätte ich ja doch mal Interesse dran. Ja, da gab es schon mal irgendwo im Discord einen Link. Das war ja von diesem Flinsbit damals gemacht. Das heißt Exodos-Paket. Das ist so eine Riesen-Festplatte. Aber leider läuft da nicht alles. Also, das ist zwar alles drauf, aber vieles läuft leider nicht. Weil der ist natürlich nicht händisch beigegangen und hat alles getestet und konfiguriert. Das ist nur so ein Standard-Config irgendwie. Aber ja, können wir ja mal im Discord uns, äh, kurz schließen. Ja, ich würde gerne Sanitarium weiterspielen. Das läuft aber außer auf meinem, ähm, Thin-Client irgendwo anders scheint mir das, ähm, weil ich habe es mir aufs Aya Neo installiert und da läuft es nicht. Und das finde ich echt schade. Ja, Sanitarium kannst du ja jetzt auch einfach bei Scum4M spielen. Ah, echt? Kannst du dir nur aus dem Build-Bot die Version 2.6 irgendwas runterladen. Die kommt jetzt auch bald raus, die 2.6.0 in den nächsten Wochen oder so. Und da ist Sanitarium mit drin, ja. Ja, geil. Darauf warte ich doch schon mein ganzes Leben. Es ist auch ein gutes Spiel. Ich habe es auch so, glaube ich, zur Hälfte durch inzwischen. Das ist echt cool. Ich habe es schon mal durchgespielt, ein oder zweimal. Einmal leider ohne Ton, weil das habe ich während der Umschulung gespielt, als ich eine langweilige Session hatte. Also, bei so einer langweiligen Stunde habe ich dann zwischendurch immer Sanitarium gespielt auf dem Rechner. und habe es da halt durchgespielt, nur halt ohne Ton. Aber schon trotzdem. Warum ohne Ton? Weil du zu viel Angst hattest, weil der Ton ist gerade so unglaublich bei Sanitarium. Ja, aber ich glaube, vielleicht wäre der Umschulung, wenn der Tutor da vorne steht, den Ton laut machen und schüppeln. Also, der Ton ist das Beste. Wenn du in das Safe-Menü gehst, dann hörst du so schreiende Kinderstimmen. Ganz komisch ist das. Oder so flüstern immer und so. Ich habe jetzt den ersten Level ja auf dem Thin-Cline nochmal durchgespielt. Und alleine, wie der Typ immer mit seinem Kopf gegen die Wand knallt, das ist ja schon herrlich. Ja, das ist wirklich gut. Das Schreie da. Ja, also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, nur ich wollte halt nicht erstmal den Thin-Client anschließen dafür. Und ja, aber wenn das bald aufs Kampf4M läuft, das ist ja mega geil. Das freut mich. Das ist wirklich eines der besten Spiele für mich. Also, ich finde das auch super. Ich spoiler auch nicht, weil ich kenne ja das Ende. Ja, ich finde es auch toll. Dann wähle ich auch irgendwann das, was Oli eben nochmal vorgeschlagen hat. I have no mouth, but I must scream. Oder wie heißt das, glaube ich? Das ist mir auch schon zigmal vor die Füße gefallen. Und ich denke mir, jetzt fängst du es mal an. Und dann habe ich es wieder verschoben. Aber das habe ich auch noch nicht gespielt. Wenn du das machst, das könnten wir vielleicht dann parallel zu zweit spielen. Weil dann könnte man das so haben wie früher. Wenn man nicht weiterkommt, kann der andere helfen. Ja, wir können ja streamen. Wir zwei beide. Das gucken sich bestimmt sogar ein paar Leute an. Ach, Miri, du hörst dich jetzt besser an wieder plötzlich irgendwie. Ja, ich habe im Teamspeak was umgestellt. Wow, ist ja nichts, was ich nicht weiß, wo ich da gucken muss. So von wegen Frauen und Technik. Auf gar keinen Fall. Oh, danke, Robin. Wir machen hier keine Frauenwitze. Das ist müde, völlig wumpe. Soll ich euch ein erzählen? Ich habe noch was, bevor du jetzt loslegst. Weil, wo du gerade bei Adventures bist. Ich habe nämlich auch ein Adventure durchgespielt. Und zwar das Journeyman Project Pegasus Prime. Auch auf ScumVM. Habe ich endlich durch. Und das ist auch ein ganz, ganz tolles Adventure. Mit so Zeitreisen. Voll so, realistisch kann man nicht sagen. Aber halt mit so Filmsequenzen und so. Richtig mit echten Schauspielern und so. Und das hat auch richtig Laune gemacht. Da hatte ich auch auf meinem ewigen ... Das war auch geil. Ewigen Pile of Shame, die Journeyman Project Trilogie. Weil die ist vom Presto Studio. Und die haben ja meine Lieblings-Müsteile gemacht. Genau. Und die haben ja auch Journeyman 1, 2 und 3 gemacht. Es gibt auch noch sogar noch einen zweiten Teil, Buried in Time. Da sitze ich jetzt gerade dran. Und dann gibt es ja auch noch Journeyman 3. Und dieses Pegasus Prime, das war genau für mich, weil die Navigation in den Räumen ist wie bei Dungeon Master. Du kannst da mit den Cursor-Tasten so nach vorne gehen, dich umdrehen und so. Sozusagen aus deiner Sicht. Immer mit so netten Filmen. Und wenn du mit wem redest, dann kommt halt so ein irgendwie vorgerenderter Film mit Schauspielern und so. Und das war leicht genug, dass ich es ohne Lösung durchspielen konnte. Aber ich hing jetzt auch ein Jahr lang fest. Also ich habe es jetzt nach einem Jahr wieder reingeschmissen, diese Woche. Und dann aber habe ich gleich die Idee gehabt, wie es weitergeht. Und bin dann halt gleich bis zum Ende dann gekommen. Und es hat auch eine schöne Mischung aus so ein paar so Inventar-Rätseln und diesen Zeitsprung-Rätsel, wo man dann in die verschiedenen Zeitzonen auch immer mal wieder zurückgehen kann und noch Items finden, die man vielleicht verpasst hat und so. Und dann in einer anderen Zeitzone benutzen. Auf sowas stehe ich eh immer total. Und es hat auch so ein paar Rätsel, die eher so sind wie bei Myst. Also so eine Art Mastermind-Rätsel gab es da. Oder so eine Art Nikolaus-Haus-Rätsel, wo man da so Sachen zeichnen muss, ohne irgendeine Linie doppelt zu zeichnen. Also so witzige Logik-Rätsel sind auch noch mit drin. Und natürlich eine super Story, die auch so ein ganzes Universum praktisch öffnet, was dann jetzt, glaube ich, im zweiten Teil geht das jetzt genauso weiter. Also das ist so eine richtig lange Story über drei Teile mit diesen Zeitagenten. und dass die Menschheit in so ein Symbiotikum, so ein komisches, so eine Föderation aus Rassen irgendwie aufgenommen wird. Und weil die Menschheit halt Zeitsprung-Technologie hat, ist sie da auch sehr wichtig, weil die anderen Alien-Rassen haben das nicht und so. Das ist da auch so ein bisschen Politik mit drin und alles. Echt toll. Und ich finde auch diese alten Render-Filmchen echt schön. Also die sehen immer noch ganz nett aus, finde ich. Also das Pegasus Prime ist ja eh so eine Art moderne, etwas moderneres Remake des ganz alten Journeyman. Also da wurde das schon mal noch mal neu gerendert. Aber auch bei Buried in Time, so die ganze Architektur, wo man sich da so bewegt in den Gängen und Häusern und so, ist auch voll, sieht einfach auch voll schön aus. Ist auch voll interessant designt. Es ist nicht so wie bei Dungeon Master, immer nur so ganz stumpfe Gänge, mit 90-Grad-Drehungen, sondern oft auch so ganz ulkige Architekturen und Häuser und Gebäude, in denen man sich da bewegt. Oder irgendwelche, im zweiten Teil jetzt auch irgendwelche Pyramiden da so, Maya-Pyramiden und so. Und der Sound ist auch total genial. Voll so 80er Jahre Synthi-Mucke. Irgendwie kommt so voll das Science-Fiction-Feeling auf. Ich versuche gerade herauszufinden, wie der erste interaktive Film heißt, den ich damals gespielt habe, aber ich finde ihn nicht. Das war in den 90ern, da ging es irgendwie auch um Mord und um Verführung, Fremdgehen, was weiß ich, keine Ahnung. Auch mit echten Schauspielern. Tender Loving Care. Nein, das war es nicht. Ich weiß echt nicht, wie der Film, also wie der hieß. Also der war echt geil. Meinst du vielleicht so etwas wie Seventh Guest oder so? Nee. Da sind ja keine Menschen. Ich versuche es irgendwie herauszufinden. Oder dieses Gabriel, wie heißt das? Nein, auch nicht. Ach, warte mal, dieses mit Erika Eleniak, mit der Tussi da von von Baywatch vielleicht. Ich habe Baywatch nicht gesehen, aber das war auf jeden Fall keine unbekannten Schauspieler, aber mir fällt der Name nicht ein. Irgendwas mit Verführung oder ach, ich habe keine Ahnung. Das war ein englischer Titel und danach kam der Deutsche hinterher auf dem Cover. Mir fällt der aber einfach nicht ein, der Titel. Scheiße. War das so ein Ding, so Film-Noir-mäßig? Nee, das war eher wie so wie so Rosamunde Pilcher und Alfred Hitchcock gemischt, irgendwie sowas. Mir fällt es nicht. Dann wundert es mich nicht, dass ich es nicht kenne. Ah, der war wirklich gut. Also es war wirklich so wie so ein Thriller, Thriller-mäßig. Panic in the Park? Nee. Ich versuche das mal irgendwie rauszufinden. Das war irgendwann Ende der 90er war das auf jeden Fall. Ende der 90er? Okay, das ist ja schon mal ein richtiger Sprung. Ja, ich habe 98 meinen ersten PC gehabt und da habe ich mir den geholt. Damit fremd gehen? Ja, und Tod und so. Mord. Eifersucht. Also das ist 98? Übliche Leben. Ja, 98 habe ich mir den PC geholt und da habe ich mir dann irgendwie zeitnah auch dann so Sachen geholt wie The Dig oder The Of The Tentacle und dann eben auch das da. Und mir fällt der Name nicht mehr ein. Aber das Tender Loving Care kennst du, ne? Und das Spiel? Nö. Das heißt, hat nämlich einen deutschen Titel. Warte mal. Ah, du hast recht. Ja. Die Versuchung. Tender Loving Care. Genau, die Versuchung. Das ist er. Ja. Das ist geil. Ja, das ist richtig geil. Also war es das doch? Ja. Ja, ich kannte den englischen Titel nicht. Aber die Versuchung, das stimmt. Und da konnte ich mit dem, also Versuchung wusste ich auch noch, aber da finde ich halt nichts drüber im Untergrund. Ja, der neue Titel ist scheiße, weil das, der Englische ist eigentlich besser. Das ist ein, eigentlich ein Psychothriller sehr seicht. Aber mit einer Psychologie mit drin, wo du am Ende auch eine Auswertung bekommst, was du für einen Mensch zu sein scheinst. Ja, vor allen Dingen ist da noch John Hurt, da mit bei. Und den fand ich ja damals richtig cool von 1984. Also ich vermisse das echt bei modernen Spielen, dieses mit diesen echten Schauspielern, das hat irgendwie was. Das ist richtig geil gewesen. Also guckt euch das mal an. Ich schaue mal, ob ich davon irgendwo noch ein Image finde. Also da gucke ich nochmal nach. Also dieses mit den eingebundenen echten Schauspielern, das gibt es zwar nicht, aber was tatsächlich sehr viel gibt inzwischen, ist ja 3D-Counterparts, wo die Schauspieler quasi, die tatsächlich schauspielen, wo die dann halt nur in der Engine quasi in ihrer Nachbildung durch die Gegend laufen. Ja, das ist auch ganz nett, aber irgendwie, es hat noch was, wenn das so echte Schauspieler sind, so richtig in so Filmsequenzen. Also irgendwie ist das charmant, finde ich. Also man kann sich die Versuchung auch auf Amazon Prime angucken für 2,99 Euro. Ja, das ist das komplette Spiel halt ohne die Auswahl. Ja. Cool. Das habe ich auch bei mir in meinem Spielebestand. Das ist auch ein Spiel, was ich damals, glaube ich, zwei-, dreimal gespielt habe, einfach um halt anders sich auch zu entscheiden, weil du kannst, da sind halt zehn, dann stehst du vor dem Fenster und dann zieht sie sich aus und dann kannst du halt sagen, nee, ich will da nicht zugucken oder du kannst sagen, ach, noch ein bisschen oder ich spreche sie auch an oder so. Also wie offensiv ist man in dieser Situation und dann sieht man halt auch, dass es ein bisschen Nacktheit ist da auch mit drin, also ein bisschen Softcore. Ja, ja, ein bisschen. Der Begriff Softcore ist eigentlich schon ekelhaft, aber so nennt man das ja. Er könnte mich aber auch steinigen. Ich habe das ganze Ding weggeworfen, die ganze Big Box inklusive CD. Ich habe damit irgendwann, als ich es gespielt habe, war es okay und dann habe ich es weggeworfen. Das kenne ich von früher, diese Sprüche. Ja. Ich habe, als ich Ingo schon hörte, als er meinte, ich habe meine ganzen Big Boxen weggeworfen und die CDs behalten, da habe ich innerlich so geblutet. Ja. Ja, die Disketten habe ich behalten, nicht die CDs. Ja, die CDs, Disketten, was weiß ich. Ja, und wenn ich jetzt dann die Disketten-Sammlung durchgehe, was da für Spiele dabei sind, was für Perlen und ich dachte halt damals wirklich, ja gut, das hat eh nichts mehr wert und alles weg. Ey, Monkey Island, würdest du komplett über 400, 500 Euro kriegen? Wenn ich sogar mehr... Ja, aber das hatte ich nicht, weil ich fand es immer doof. Also mich hat das nie interessiert, das Monkey Island. Ich hatte das. Ich bin ja da einer der ganz komischen. Also ich fand die Monkey Island Serie irgendwie nie gut. Hat mir nicht gefallen. Ist aber eine Geschmackssache. Guten Abend. Ach, Ingo, du kämpfst wie eine Kuh. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Ist wahrscheinlich ein Zitat aus Monkey Island. Hm? Ist wahrscheinlich ein Zitat aus Monkey Island? Ja, ja. Okay. Hallo, volle. Also das ist auch, hallo, das ist auch was, finde ich, bei diesen Journeyman-Spielen, die sind relativ ernst. Da ist also eigentlich kaum Humor, gar kein Humor und ich finde das sehr erfrischend und schön, weil diese Idee, dass bei Adventures immer Humor sein muss, finde ich blöd. Also ich finde es auch witzig, bei Monkey Island, dass das so witzig ist, aber ich spiele auch gerne mal ein Adventure, wo es halt nicht diesen ständigen Witz gibt. Weil manchmal ist das auch ein bisschen kindisch und blöd, finde ich. Ich unterbreche das ganz kurz und möchte mich einmal bei den Zuschauern bedanken, die bei Twitch gerade live zuschauen. Wenn ihr das ganze Kladderadachi hier hören wollt nachher als Paket, dann kann ich euch sehr an Dingen einmal auf retrocomport.de zu gehen und dort könnt ihr uns unterstützen, heute nuschle ich aber auch, dort könnt ihr uns unterstützen und für ab einen Euro pro Monat könnt ihr das ganze Paket dann auch runterladen oder ihr seid einfach richtig klug, spart euch Geld und macht einfach mit. Die Zugangsdaten und der ganze Weg, wie ihr herkommen könnt, denn wir sind gerade auf TeamSpeak Live, der ist auf retrocomport.de beim Mitmachen und da könnt ihr dann einfach jetzt mitmachen. Könnt auch einfach jetzt mit dazukommen, weil wir werden wahrscheinlich noch eine längere Zeit hier reden und vielleicht eine schöne Geschichte zu erzählen oder auch eine schlechte Geschichte. Ja, an dieser Stelle würden wir halt dann unterbrechen. Überlegt es euch. Robin, bevor du endest, da ist noch eine Frage. Die können wir noch beantworten, würde ich sagen. Ich habe schon weggetwitcht, warte mal. Im Chat hat der Inso gefragt, morgen ist wieder Lagerfeuer-Time, es werden noch Mitspieler gesucht. Ich muss ja noch Werbung machen. Also, morgen ab 12 Uhr ist wieder Retro-Lagerfeuer bis spät in die Nacht. Ich habe schon gesehen, ihr habt ganz viele tolle Videos geschickt und wollt auch Sachen live machen. Das freut mich sehr. Ich habe mein Video leider nicht geschafft. Und ab 19 Uhr gibt es wieder ein Retro-Bingo, wo ihr Bigboxes gewinnen könnt. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas dazu sagen muss. Ab 12 Uhr auf diesem Kanal hier. Und Live-Programm könnt ihr auf retrolagerfeuer.de, da haben wir das Ganze nochmal zusammengefasst, sehen. und vielleicht habt ihr Lust, jetzt schon auch Lose zu kaufen, weil ihr könnt im Prinzip auch jetzt schon Lose kaufen und die Bigboxes werden dann euch zugelost oder ihr macht einfach mit. Und das wird uns natürlich sehr freuen. Ich werbe dann auch mal ganz kurz für mich, weil ich bin um 17 Uhr, weil ich habe nämlich mein Video auch nicht geschafft und habe dann halt direkt mit Patrick gewatscht und daraus machen wir jetzt einen Stream. Und yay. Um 17 Uhr. Und zwar habe ich fürs Mega Drive mal so ein bisschen in der Kollektion gestöbert. Titel, die ich nicht so wirklich kenne oder nie groß gespielt habe oder sonst irgendwie was, die ich aus irgendwelchen Gründen interessant finde. Eine Stunde lang nach 17 Uhr. Ich will auch noch Werbung machen. Darf ich? Klar. Ja, und zwar suche ich noch Kandidaten für den Talk3-Talk, der morgen ab 21 Uhr stattfindet. Vielleicht auch ein bisschen später, je nachdem Retro-Bingo. Und zwar geht es um Spiele, die nach der Blütezeit der Plattform veröffentlicht wurden. Ja. Also wir haben da ganz viele Titel zusammengetragen. Ein ganz kurzer Titel ist auch Aftermarket Games. Also, ja, das sind halt Titel, die im späten Verlauf beziehungsweise nach dem Tod einer Plattform halt rauskamen. Und da bin ich ja schon wieder totgesagt. Ja, ich habe übrigens auch jetzt so viele Namen gesammelt, die sich bei Discord zusammengetragen haben und die werde ich morgen auch dann alle vorstellen, weil das ist echt interessant. Und ja, man ist ja teilweise echt verwirrt, was da alles dann rauskam. Aber ist spannend. Naja, auf jeden Fall, wer mitmachen will, bitte einfach kurz melden und da würde ich mich freuen. Okay, und wenn jetzt alle Werbung machen, will ich auch. Ich hätte das, ich hätte das auch nochmal gemacht. Ich wollte jetzt einmal anfangen mit, um 12 Uhr gibt es zwischen Spannung und Ekel der Greco und der Spektrum, das ist voraufgezeichnet. Dann spielt nämlich um 13 Uhr, ja Miri, jetzt kannst du einspringen. Ja, und zwar spiele ich mit Patrick zusammen Dragon Slayer 2. Also, ich muss spielen, ich wurde gezwungen, ich wurde genötigt, erpresst, nein. Also, ich spiele morgen mit Patrick Dragon Slayer 2 und dann soll ich mich wohl wieder ärgern und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Um 14 Uhr ist Michael wieder live, der möchte mit euch keinen Schrott zum Sonntag spielen, eine Stunde bis 15 Uhr und danach kommt dann unser Community-Nachmittag mit Gartic Phone oder ähnliches, das wird dann auch live gemacht. Also, von 15 bis 17 Uhr würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch Lust habt, ein bisschen eure Zeichenkünste zu präsentieren, unterirdisch oder unter-unterirdisch, ist egal, Hauptsache, es ist irgendwie unterhaltend. Und ab 17 Uhr, da haben wir Oliver eben schon mit seinen, Patrick hat geschrieben, Megadrive Random Games Check, das ist dann deine, sozusagen einmal, Ja, so habe ich es genannt. Ja. 18 Uhr der Ingo. Ja, mit dem Treasure Hunt. Und 18.45 dann erst eine kleine Einführung mit der aktuellen Lage, die keinen interessiert, aber die uns schon interessiert, die wir hier loswerden möchten. Und um 19 Uhr fängt das Retro-Bingo dann an. Und der Ingo-Talk sozusagen, der Ingo-Late-Night-Talker, unsere künstliche Intelligenz, unser Social-Media-Alter-Ego-Pokémon-Dings, der fängt dann um 21 Uhr XX an, je nachdem, wie das Retro-Bingo sich entwickelt. Genau, XX ist immer gut. XX. XX ist das Bier, nee, Quad-X war das Bier in Australien, weil man nicht schreiben sollte. Ja. Gut. Ja, vielen Dank, für ihr lieben Zuschauer hier und bei Twitch. Und wir machen natürlich jetzt weiter. Ich habe das eben rüde unterbrochen. Ich hoffe, das geht im Fluss gleich weiter. Lieben Dank bei Twitch und tschüss und bis morgen. Bis morgen. Tschaui. Bis morgen. Das war jetzt eine Dauerfarbe-Sendung. Das ist doch toll. So soll es doch sein. Tschaui.